Das klingt alles nicht gut. Nein, ich muss nachladen. Töt ihn. Nein. Nein. Nicht. Nicht. Scheiße, ich bin tot. Den, deren Gliedmaßen rausreißen und die damit abschließen. Aber nicht nur, wenn sie tot sind, sondern auch, wenn sie leben. Jetzt hier. Achtung. Bam. Ich habe auch so Dinge in der Hand. Du kannst die komplett auseinandernehmen. Du musst sie nicht mal mehr töten. Ist das krass. Okay, also das erkenne ich nicht wirklich. Also ich erkenne zwei Stück. Ja, warte. Gehen wir... Okay, das. Und dann? Zwei gerade Striche. Einer links nach... Schräg links nach oben. Den dritten erkenne ich nicht. Der ist verschwommen. Geht das... Was denken Sie? Geht es nach oben oder nach unten? Ich würde ja sagen, es geht nach unten. Okay, warte. Ja. Ja, warte. Gut, so. Mucke weiß Angst. Ah, wie geil die Tür aufgeht, sag mal. Kapitel 18. Töten oder getötet werden. Das sagt er wieder alles. Das ist ja mal klar. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bei mir werden die Kapitel gar nicht mehr angezeigt. Wie jetzt? Er hat schon keinen Bock mehr. Hä. Kapitel 18. Ich glaube, hier liegt Muni ohne Ende. Nee. Ein Säurebad. Okay. Und noch irgendein Scheiß. Okay. Elektroschock-Modul. Das klingt beides gut. Ja. Wir laufen total falsch. Echt? Ja. Oh. Oh ja, genau. Wer weiß, was hier versteckt ist? Ja, guckt doch ruhig mal. Guck mal, hier ist doch schon wieder eine Tür. Na klar, hier ist eine Tür, wo wir lagen müssen hinterher wahrscheinlich. Aber die ist noch zu. Oder hier ist auch noch. Hier blinkt auch noch was. Ah, nee. Da kannst du auch nicht übersetzen, weil dein Übersetzungsmodul noch aus ist. Aber hier ist eigentlich gar nichts mehr. Oder vielleicht hier nochmal hoch. Wir sollen die unten lang? Wow, wow, wow. Oh, shit, ey. Ach, hier haben wir auch einen erledigt. Ach, ich verliere gerade voll die Übersicht. Ah, hier ist was zum Anschmeißen. Okay, Motor. Läuft. Werkbank. Werkbank. den Sie sicherlich bereits aktiviert haben und einen anderen im Morgen. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich kann Ihnen nur raten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draus. Ziel hinzugefügt. Ja, ich bin gerade mal meine Waffe am Upgrade. Ja, mach das. Also, jetzt können wir auch übersetzen. Okay. Oh, oh. Okay, der ist tot. Ja, einen habe ich gekillt da. Noch einer. Ja, ich bin gleich soweit. Weil der, mit der schönen Waffe hier, man muss nachladen, muss ich verbessern. Plus zwei Schaden, ja. Oh, jetzt kommt einer zu dir. Ja, er kann warten. Aua. Sag mal, du Arschloch, du. Hä, man kann hier gar nicht, äh, hier ist keine Vorlage zum Übersetzen. Na super. Oh, Mann, da ist nur einer. Das war schon mal falsch. Hier waren es zwei. Okay, ja, ich hätte nur einen gesehen. So, ich mach gerade mal eine Waffe hier mega stark. Zweimal Feuerrate, plus zweimal Schaden. Ja. Das reicht. Das habe ich mir mal ein bisschen verbessert hier. Jetzt kann ich drei Ganaten schießen. Cool. Aber ich weiß nur leider nicht, wie wir hier weiterkommen. Wo bist du denn? Wahrscheinlich an der Tür, ne? Ja. Ich versuche noch mal das andere. Warte mal. Ne, das geht auch nicht. Gibt es diesen ersten, den du hast? Ne, eben nicht. Ich habe gerade geguckt. Vielleicht ist das ja mein Code, den ich hier noch stehen habe. Ja, warte. Ich muss kurz. Äh, komm, lass mich raus. So. Nein, hier unten. Hier unten steht es. Hier unten steht es. Ist jetzt nur die Frage, von welcher Seite. Vielleicht von so. Also zwei Punkte runter. Ich probiere mal kurz. Zwei Punkte runter. Was ist das andere? Äh, was hast du denn da jetzt? Warte. Der andere ist, äh, einer rauf, würde ich sagen. Und das letzte? Auf jeden Fall, ich würde sagen, irgendwas runter. So. Ja. Aha. Klasse. Meine Waffen habe ich auf jeden Fall beide jetzt upgrade. Also. Echt? Geht das bei dir noch? Ich konnte das bei mir beim letzten Mal schon gar nicht mehr. Ja, ich konnte. Also ich habe die ganzen Slots noch frei gehabt. Hm. Den sollten die jetzt aber ordentlich mehr Wumms haben. Ja, ich hoffe. Nein, nicht die. Schöner Treffer. Au. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Okay, jetzt habe ich noch. Okay, der ist auch tot. Oh, mal gucken. Zack. Komm, komm, komm. Sehr schön. Sehr schön. Da ist noch einer. Au. Okay. So. Oh, ich bin gezogen, wie ich das habe. Sehr gut. Okay. Nein. Nein. Ich muss mal mehr Stase nehmen. Aber wo bist du? Hinter dir. Au. Wir sollten uns das mit der Stase echt mal angewöhnen. Wo ist denn der jetzt? Oh, fuck, fuck, fuck. Nicht sterben. Oh. Okay, sehr gut. Achtung. 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 Da ist noch einer. Ja. Mist. Ja. Ja. Getroffen. Bam. Gut. Das haben wir. Das war diesmal schwerer, als die letzten Sachen. Das ist hier. Hehehe. Hecker Bock mehr. Aber wir müssen ja eigentlich lang. Hier. Okay. Ich folge dir überall hin. Oh, schon wieder so ein Tor. Hat der Fakt entdeckt. Also, einer hoch. Zwei runter. So. Nee, ein Strich. Nur einer? Nö. Nee. Cool. Oh, genau. Ich bin in der Ecke. Ja, mach das. Ich warte. Ja, warte. Warte jetzt. Warte. Also, hier ist noch was. Ah, nee. Hier ist nichts mehr. Okay, wir werden jetzt wieder fliegen. Och, nö. Ich hasse fliegen. Hehehe. Fortschritt. Gespeichert. Oh. Wie viele Kapitel hat er das Spiel nochmal? 19. Wir sind im vorletzten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da kommt jetzt vielleicht das Finale. Wir sind noch nicht einmal gestorben. Mhm. Heute sind wir echt stark. Ja. Wir haben uns das erste Absolut-Finale aufgeräumt. Ja. Oh, varte. Wo bin ich denn da? Jetzt wird die... Jetzt wackelt... Oh, 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 Minen. Äh, nein. Nein. Das sind Alien-Minen. Oh, da kann man aber gut durch. Tja, Freunde, da ist er heute. Heute. Da ist uns das alles egal. Nur wenn ein großer Alien auftaucht, ich glaube, dann kriegen wir Probleme. Ja. Ich fühle mich so klein hier in dem Level. Ja, definitiv. Och, scheiße, scheiße. Nein. Ich... Ich... Ich höre schon mit einem Wolf-Beulen. Ja. Oh, hier vorne. Diese Pest-Beulen. Was ist das denn da? Wow. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Das war jetzt aber gut. Puh. Das war knapp. Das war echt knapp. Oh, oh. Nein. Oh, oh. Hinter dir. Der Kreis. Da war zumindest gerade einer. Da. So. Oh, nein. Shit. Dann muss der Papa aufsammeln. Ich versuche, den anderen zu treffen. Ja, gut so. Oh, oh. Oh, oh. Pass auf. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Der in der Ecke. Na? Die. Deckel spritzt, ey. Da ist auch einer gerannt. Ja. Schreckt sich der Kopf seiner Mutter. Ich hab' kein Babybegriff im Raum auf. Das ist schlecht. Aber das werden wir bestimmt auch brauchen. Ja. Er kommt. Ah. 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 Aber sowas von ewig. Hehehe. Ich hör dem Püpp schon gar nicht mehr zu. Ich auch nicht. Er erzählt immer so viel. Irgend so geklirrt. Kack. Ja. Okay. Jetzt geht's nach oben. Oh ja. Weit nach oben. Lang nach oben. Ja. Das ist die Maschine? Boah, dreh dich mal um. Krass. Ähm. Okay, das ist mein Vater. Definitiv. Das ist Herbert. Er geht immer mit mir zusammen auf Kirmes. Fortschritt wird gespeichert. Das ist schon mal schön. Er hat da jetzt aber gerne ein Minipack hinter mir gehabt. Ohne Sitz. Zweimal Feuerrad. Okay. Wir müssen nach hier hinten. Ja, ich folge dir überall hin. Was ist jetzt? Hast du da was gedrückt? Ich hab gar nichts gedrückt. Ähm. Achso, jetzt ist da eine Verbindung. Wir müssen die bestimmt drehen, dass überall eine Verbindung kommt. Ich hol erst mal hier das hier. Ah, Minipack. Oh, geil. Sehr schön. Ich geh mal hier noch. Ich benutze die Sitzel und halte AMP-Pads gedrückt, um große Objekte umzudrehen. Oh, 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 oh. Oh. So. Okay. Ich glaub, wir kriegen Ärger. Das glaub ich auch. So. Also, ich dreh das Ganze jetzt mal. Ja, toll. Kommen sie? Wow. Ja. Sehr schön. Der fällt. Ah, warte mal. Ich kann die doch auseinandernehmen, wenn ich draufstehe. Ja, so. Weg mit denen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich helfe dir. Ich hab Angst. Oh, oh, oh. Oh, ich muss die ganze Milibre wieder aufsablieren. Der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Oh, so. Komm. Weg mit dir. Wow. Ah. Das klingt alles nicht gut. Nein, ich muss nachladen. Töt ihn. Nein, 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 nicht, nicht. Scheiße, ich bin tot. Ach, kacke, du machst das. Och, kacke. Ich war selbstbeschäftigt hier vorne. Ich war selbstbeschyscy. Ich war selbstbeschäredi. Bis zum nächsten Mal.